Wie lautet das Passwort? Ewigkeit. Richtig. Ich frage dich ein letztes Mal, Sophistos. Wirst du mich unterstützen? Und wirst du mir sagen, wo sich das schwarze Grimoire befindet? Niemals werde ich mit dir paktieren, du Gezüchter-Unterwelt. Traurig dich, dass du mein Angebot ablehst. Nein, wir kommen zu spät. Shit. Nein! Bringt ihn dorthin, wo ihr ihn hergeholt habt. Dort sucht niemand nach ihm. Und die Ratten werden nichts übrig lassen. Aha. Du bist also der Unruhestifter. Ich bin immer noch erstaunt, dass einer von uns vernichtet werden konnte. Aber gib dich nicht der Vorstellung hin, du hättest gegen mich eine Chance. Ich bin in den Gassen von Jericho aufgewachsen, nachdem meine Eltern von Banditen getötet wurden. Ihre Asche habe ich seitdem bei mir. Jeden einzelnen Tag. Irgendwann war ich endlich größer und stärker als alle anderen. Und das war der Tag, an dem sie zahlen mussten. Mein Zorn zerschmetterte sie wie Fliegen an der Wand. Seit diesem Tag hat niemand mehr meinen Führungsanspruch in Frage gestellt, ohne schreckliche Konsequenzen zu erleiden. Ganz alleine habe ich ein Handelsimperium errichtet, in dem ich die rechtlichen Verbündeten gefunden und die Feinde vernichtet habe. Und schließlich hat mich mein Bündnis mit dem untoten Fürsten unsterblich gemacht. Nur du bist der Schwachpunkt in meinem Plan. Niemand hat geahnt, dass es noch eine Person gab, die uns gefährlich werden konnte. Aber das wird ein Ende finden. Hier und jetzt. Hm. Das Feuer meiner Rache wird dich hinwegfegen. Mich hinwegfegen? Das wird amüsant werden. So lass uns beginnen. Es wird nicht lange dauern. Bin gespannt, was der kann. Noch gar keine Vorstellung. Der ist aber nicht immun dagegen, oder? Immun und hiergegen? Hm. Benutzt er das gegen mich selbst? Hä? Hä? Ich kann dem gar nicht aus... Es klappt nicht, das gegen ihn zu benutzen. Ne, ist gegen alles immun? Okay, wir haben unsere erste... Wir müssen halt uns erst mal rantasten jetzt, was er so kann. Hallo! Hallo! Also dagegen ist er auch immun, oder wie? Ach, das ist doch scheiße. Vielleicht brauchen wir auch keine Mondklinge, sondern eine andere Waffe. Hm. Irgendwie hier sowas vielleicht? Der blockt einfach alles ab. Egal, ob er gerade selbst angreift oder nicht. Guck mal! Hä? Hä? Man kann dir nicht angreifen. Aber wir müssen bestimmt die Scheißasche zerstören, oder? Wo steht denn seine Scheißasche rum? Wo steht die Kackasche deiner Eltern? Parats mir! Wir haben doch eigentlich ein Bild davon gesehen. Müsst ihr die hier nicht irgendwo rumgammeln? Das ist ein Thron. Oh, ich hänge fest. Da hinten steht die. Okay. Alright, let's go. Elender Hund. Findet ihr da gar nicht lustig. Ah! Hä? Was war denn das für ein... Hätte ich dem irgendwie ausweichen können? Ja, ich... Ich... Das ist... Was ist das denn auch für eine Ansicht? Hä? Warum sind wir er? Hä? Was ist das? Warum ist diese Ansicht so weird? Jetzt können wir ihn wieder nicht angreifen. I don't get it. Ich bin immer noch sehr verwirrt. Also wir können ihn immer noch nicht angreifen, oder wie? Er ist jetzt auf jeden Fall wütend geworden. Okay. Und hat einen dicken AOE. Können wir ihn vielleicht nur in dem Modus angreifen? Ne. Äh. Hä? Aber wir verlieren doch gar keine HP. Okay. Okay, ich bin noch so verwirrt. Hä? Der ist einfach dauerhaft immun gegen alles, was wir machen, oder wie? Oh. Ah. Alright. Ich hatte mich tatsächlich schon kurz gefragt, weil diese Säulen hier so auf der Minimap so krass eingezeichnet sind. Ob es vielleicht was zu bedeuten hat. Hat es tatsächlich. Well? Oh oh. Aber ich hätte erst gedacht, dass wir die Säulen mit dem Hammer einreißen müssen. Aber das ist natürlich interesting. Okay. Okay. Ist er noch wütender? Oh, jetzt müssen wir in die Schattenwelt. Okay. Ist immer ein bisschen schwierig, sich dran zu tasten und rauszufinden, was man denn jetzt gerade tun muss. Oh. Oh. That's a big one. Warum ist er so groß und hässlich? Oh. Die Zähne sehen unpraktisch aus. Oh. Was machen wir denn da jetzt? Bist du wieder immun gegen alles und jeden? Momentan nicht erlaubt. Ja, super. Oh, die wäre aber erlaubt. Und das hier? Ja. Unpraktisch? Wie auch immer das trifft. Und? Ich weiß nicht, wie man das dodgen soll. Also, das Problem ist, dass es halt Slow-Mo ist und dann kann ich schon wieder gar nicht mehr ausweichen. Habe ich noch irgendwas, was vielleicht ein bisschen Mana gibt? Was ist eigentlich das hier? Ach, der Wasserschlüssel. Wassertorschlüssel. Irgendwas, was ein bisschen Mana gibt, so? Gesundheit. Vielleicht so eine Wurst einfach mal mitten im Kampf so eine Salami reinschieben. How about that? Ein bisschen Dörr-Obst. Nicht so ganz, ne? Wir müssen einfach ein bisschen warten. Oder wir machen es halt so. Mit normalen Angriffen. Wir haben es geschafft, auszuweichen. Müssen wir jetzt irgendwas rausziehen hier? Aber wir haben den Rücken hier. Okay. Oh. Da die aber keine Möglichkeit ist, auszuweichen. Was? Warum? Ich habe doch die Rolle gemacht. Ich komme nicht richtig dran. Aber warum wird der denn jedes Mal wieder Full-Life? War ich irgendwas falsch? Boah. Mann. 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 Ich war doch zur Seite. Oh mein Gott. Was kostet denn so viele Heiltränke hier? Oh, dieser Kampf ist so fucked up. Nein. Alter, ich habe danach keine Heiltränke mehr. Nee. Ich schwöre, ich bin gerollt. Ich kann das nicht mehr. Nee. Der ich jetzt nicht ein. So, jetzt gib mir deinen Buckel hier. Hier, deinen Schorfbuckel. Komm. Ich will nicht nochmal müssen. Finish him. Warum steht er nochmal auf? Gib ihm. Gott sei Dank. I hope so. At least. Was müssen wir denn jetzt in den Kopf? Ihr habt keine Ahnung. Aber wir hauen einfach drauf. Wir hauen einfach drauf. Let's go. Na, beiß mich nicht. Das ist so ein komischer Kampf. I'm so sorry. Das ist so weird. Ah, Papi. Du kommst zu spät. Nein. Was? Warum zu spät? Ach so, weil der eine tot ist. Ja, gut. Du hast sicher recht. Vergib mir mein Versagen. Jetzt, wo Sophistos tot ist, ist unsere Verbindung zum schwarzen Grimoire durchtrennt. Das einzig Gute daran ist, dass der untote Fürst genauso ahnungslos ist wie wir. Aber wir dürfen nichts riskieren. Du musst Sophistos finden. Finden? Er ist tot und seine Leiche im Fluss versunken. Du enttäuschst mich. Ben nutze deine Sinne. Seine Leiche ist nicht versunken. Sie wurde vom Schiff geholt und in seine frühere Behausung gebracht. Dem letzten Befehl Hektors entsprechend. Und auch der Tod ist nicht so endgültig, wie er scheint. Ich muss Sophistos Leiche finden, um das schwarze Grimoire aufzuspüren? Beeil dich. Dein Feind hat dich noch nicht ausgemacht. Obwohl du dich direkt vor seinen Augen bewegst. Das wird nicht mehr lange so bleiben. Oh oh. Er hat weitere Verbündete, die wachsamer sind und ihre Spuren zu verwischen verstehen. Halte dich im Verborgenen. Okay. Ich will alles wissen. Warum kannst du nicht einfach die Seele dieses Untoten zerschmettern? Weil dieser Untote unsere Regeln gebrochen hat. Er wurde als mein Nachfolger gewählt. Denn jeder letzte Begleiter, so wie ich einer bin, wird nur für eine gewisse Zeitdauer auserwählt, um die Toten zu ihrer letzten Ruhestätte zu führen. Und meine Zeit ist abgelaufen. Meine Epoche des relativen Friedens und der Stabilität verblasst. Bald wird es dunkel werden in deiner Welt. Die jetzigen Geschehnisse sind nur ein blasser Schatten von dem, was euch alle noch bedrohen wird. Den kennen wir ja schon. Der Rat war erzürnt und beendete Victors Ausbildung. Denn er fürchtete, Victor würde seine Macht missbrauchen, wenn er einmal letzter Begleiter wäre. Doch Victor wollte nicht verlieren, was er für sein Geburtsrecht hielt, der letzte Begleiter zu werden. Also führte er ein dunkles Ritual durch, das die ewigen Gesetze austrickste. Während er sich mit einem starken Zauber vor dem Tod schützte, brachte er sich um. Und seine vier Verbündeten taten es ihm gleich. Das führte zu einer Unmöglichkeit. Wie kann man vor dem Tod geschützt sein und gleichzeitig sterben? Das machte ihn und seine Gefährten untot und entzog sie da mit meinem Griff als Wächter. Nun können sie also tun, was ihnen beliebt, ohne dass die ewigen Gesetze noch für sie gelten. Und jetzt strebt Victor danach, den Rat selbst zu vernichten, wie auch mich, indem er die ewigen Gesetze ändert. Dazu will er das letzte Ritual durchführen, das in einem Buch beschrieben wird, das nicht von dieser Welt stammt. Das schwarze Grimoire? Ja. Wenn er die unsichtbaren Buchstaben auf den schwarzen Seiten vorliest, wird er unbesiegbar und stellt alle Regeln des Universums auf den Kopf. Aber auch du hast diese Regeln gebrochen, nicht wahr? Als ich mit deiner Mutter zusammen war, bevor ich zum letzten Begleiter berufen wurde. Die ewigen Gesetze verbieten es, Kinder zu bekommen. Denn wenn man ausersehen ist, ein Begleiter zu werden, dann wird die Macht zwangsläufig auf das Kind übergehen. Als der ewige Rat von dir erfuhr, rang er mit sich. Doch ich konnte ihn überzeugen, dass mein geheimer Betrug, ein Betrug aus Liebe zu deiner Mutter, nun unsere stärkste Waffe gegen unseren neuen und fürchterlichen Feind sein konnte. Ja, ich weiß nur gerne ein bisschen mehr über meine Mutter tatsächlich. Wer war die denn? Erzähl mir mehr von meiner Mutter. Ich habe dir schon mehr erzählt, als ich sollte. Und nun geh und finde die Leiche von Sophistos. Vielleicht wird uns das weiterhelfen. Warum ist er denn so öde? Dein Werkzeug wird dich nicht enttäuschen. Und nun geh. Und nun geh. Ich dachte, er geht auf die Spitze ein. Oh oh. Und sie hat Hector getötet. Ich dachte, ich hätte die Besten auserwählt. Nein, nun nicht. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir die Besten sind. Und welches Licht wirft das auf diese Welt? Victor, mein Lieber, lasst es mich so sagen. Zwei von uns sind tot. Ihr habt Unsterblichkeit versprochen. Ich frage mich, warum ihr besser seid. Nicht einmal eure gruseligen kleinen Bücherwürmer scheinen bislang etwas bewirkt zu haben. Er kann uns nur gottgleich machen, wenn das Buch gefunden wird. Habt ihr nicht zugehört? Er hat längst alles erklärt. Ruhe, meine dunkle Prinzessin. Deine Meinung zählt hier nicht. Ich habe meine Leute nicht verlassen, um mir euer unwürdiges Geschwätz anzuhören. Ich habe Victor mein Leben geschenkt, damit er mir die Stärke gibt, meine Leute zu führen. Und ich werde meinen treueschwur ihm gegenüber erfüllen. Meine Kriegsbestien werden diese Person ausfindig machen. Und sie werden sie in Stücke reißen. Vielleicht mag ich es doch, wenn du redest. Seltsam. Ich mag sie auf einmal nicht mehr ganz so gern. Ich bin sicher, dass eure Hoheit wieder eure Autorität an einen von uns abgibt. Na, zum Teufel. Ich habe den Arsenalbezirk sowieso nie gemocht. Ich werde Tod und Schrecken auf den Straßen verbreiten, bis mein Schwur als erfüllt geht. Setz deinen Übermut sinnvoll ein, meine junge Prinzessin. Hm. Kann man kaum anders sehen. Deswegen gehen wir jetzt alle schön wieder auf unsere Posten und lassen den Dosen mit dem Schlamassel fertig werden. Sehr gute Entscheidung, Hauptmann. Ach und, äh, Feldwebe. Ja, Hauptmann. Helfen Sie der Frau da aus dem Wasser? Natürlich, Hauptmann. Wer der Frau aus dem Wasser helfen? Geht es euch gut? Sind wir das? Ich glaube schon. Oh. Nun, da die Besatzung vorbei und das Tor zum Arsenalbezirk wieder offen ist, steht es den Bürgern wieder frei, dorthin zu gehen. Also, falls wirklich jemand dahin will, schließlich ist es ein Ort der Gesetzlosen. Außerdem ist Hauptmann Rok nun wieder im Garnisonsgebäude aufzufinden. Ach ja, und auch wenn ich natürlich gar nichts gesehen habe, habt Dank, Unbekannte. Oh, und vergesst nicht die Schatulle, die da drüben angeschwemmt wurde. Oh. Ich nehme an, sie gehört euch. Hm, Schatulle? Uh, es passieren Dinge. Ähm, okay. Und mein Kumpel ist da und... Ja, sag mal. Hallo. Oh, hallo. Ja, hi. Die Dinge könnten schlimmer stehen, sie könnten auch besser stehen, aber... Oh, wir müssen so fest auszünden, ne? Ach, stimmt. Ich muss ja bei der Frau noch meine Belohnung abholen. Ich habe hier einen Mann befreit. Und das, das muss mich jetzt... Also, das würde mich auch noch interessieren, mit dem Netz der Maske und diesem Tagebuch, das wir finden sollen, ne? Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Jetzt haben wir noch die feilen Herzen. Das ist auch für den Arsenalbezirk. Also wir haben auch einige Quests, die uns in den Arsenalbezirken führen. In den Katakomben des inneren Bezirks. Da weiß ich immer noch nicht, wie wir hinkommen. Ja, in die Banditenjagd, ne? Da warte ich... Da warte ich auf euren Input. So. Jetzt muss ich das alles nur noch wiederfinden. Das war direkt am Eingang. Also da, wo es dann wieder in den äußeren Bezirk geht. Guck mal. Da hinten wurde noch nicht genug randaliert. Wer bist denn du? Ist er das vielleicht sogar? Aber hier. Hier fehlt noch ein bisschen Randale. Also er sieht ein bisschen aus, wie der Typ. Hi. Oh, hallo. Ah, ne. Ich muss dir viermals danken. Du hast ihn gefunden. Yes. Das ist nicht viel, aber nimm dieses Geschenk. Geil, ein Juwel. Wir können uns noch hier eine Rüstung anpassen lassen. Oder meint ihr, wir finden jetzt bald schon eine bessere? Sophistos wurde getötet, aber vielleicht kann ich mit seinem Geist sprechen und herauszuhören, ob das schwarze Grimor zerstört wurde. Falls es noch existiert, so werde ich diese Aufgabe zu Ende bringen. Aber ist er im Arsenalbezirk? Oder ist er hier? Also hier wird es uns schon mal nicht angezeigt. Wir kommen auf jeden Fall immer näher an den Palast dran. War hier nicht die Schmiede? Na, mein guter Mann? Die Frage ist jetzt... Die hier, die macht Stumpf 50. Und die hier macht Stumpf 15, aber dafür klingen. Weiß nicht. Wir speichern mal. Ich hab ein bisschen Angst, dass wir... Sonst ist es sehr viel Geld, was wir hier ausgeben. Das nenne ich mal eine Schmiede. Ich bin dir... Ja, 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 ja. Hast du... Brauchst du jetzt bei irgendwas Hilfe? Okay. Kannst du mir eine Rüstung anpassen? Sicher. Ach, guck mal. Die gebundene wird aber dafür nur 1000 kosten. Diesen Plattenpanzer. So, fertig. Hier, nimm. Auf Wiedersehen. Also wenn der jetzt halt nicht nice aussieht, ne? Just saying. Plattenpanzer angepasst. Ui, 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 ui. Da haben wir Boob-Armor. Oh, oh, ui, 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 ui. Also... Also diese Boob-Armor ist ja relativ unrealistisch, ne? Es gibt ja diese Profile, die so historische Rüstungen sich angucken. Also Videospiel-Rüstungen. Teilweise auch historische Rüstungen für Frauen. Und das so ein bisschen vergleichen. Und ich glaube, diese Boob-Armor hier ist ziemlich unpassend. Sondern da gibt's dann, glaub ich, auch vorne einfach eine gerade Platte, die dann natürlich ein bisschen nach vorne gewölbt ist. Aber dass man jetzt so zwei ausgeformte Körbchen hat, war, glaub ich, in der Regel nicht so. Bin ich jetzt langsamer? Ich glaub nicht. Ich mein, sieht halt nicht so cool aus wie die anderen, ne? Aber die wird schon viel, wird schon viel aushalten, ne? Kann mir schon vorstellen, dass das auch schon eine der stärksten Rüstungen wahrscheinlich ist, die es jetzt gibt. Nice. Schick, schick, schick. Danke, Matteo. Was sag ich danke? Es hat 2000 gekostet, also... Wofür soll ich mich bedanken? Es ist einfach nur... Einfach nur teuer. So. Aber wir kommen gut in Leveln voran und allen, ne? Also, ich bin relativ zuversichtlich. Wir sind schon schön, schön strong. So. 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 Vielen Dank.